Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge, nämlich ein Throwdown mit mir, dem Herrn Gleich. Da steht der Name. So, ähm, ich muss mal ganz kurz auf die Tina switchen, dann machen wir den Abschluss-Rumble für Gilde 1. Wie steht's momentan? Müssen wir mal reinschauen. Aktueller Stand ist... 36.216 zu 25.770, sofort und gleich YouTube gegen Port of Wales. So, ich hab jetzt gar nicht drauf geachtet, welchen Platz haben wir da überhaupt aktuell. Ähm, okay. 5 KDS 4... Ah, 4 Victory. 4 KDS 4 Victory. Wahrscheinlich. Vermute ich jetzt einfach mal. Kann ich jetzt nicht genau sagen. Ich glaube aber, dass das richtig ist. 4 KDS 4 Victory. Ja, das... So, jetzt ist er wenigstens weg. Und dann kann man gleich wieder heilen. Oh, hier haben wir Bänderbräu. Zack, zack. Und... Welcome Mojitos. Das war's. Mit einer glatten 100. 5 KDS 4 Victory. Match 1 ist gewonnen. So. Dann haben wir hier... Ah, Platz 112 vom aktuellen. Okay. Na, wenigstens hoffentlich. Vielleicht schaffen wir es ja dann nochmal in die Top-Wunde zurück. Gucken wir mal. Port of Wales. Real U. Artist Roger. Ne, ich fange jetzt erstmal hiermit an. Natürlich ist ein 29 Schaden auf der 1. Je nachdem... Ja, gut, damit kann ich jetzt nicht viel machen. Ähm... Ähm... Äh... Ja. Den vernichte ich jetzt da oben mit meinem Schwarzbrenner-Roger. Den Taubepigel. Komm. Einfach den Bob noch mit hinzu. Und... Ja. Hip-Hop Bob. Ist geil. Soweit ich informiert bin, soll es als nächstes wieder Musik-BGE geben. Und da ist er natürlich perfekt, der Hip-Hop Bob. So. Port of Wales. Es-ku-wo-gi. Es-quo-gi. Es-quo-gi. Hm. Bob. Hm. Stan. Okay. Bürgerkriege. Mh-mh. Mh-mh. Und... Mh-mh. Mh-mh. Vielleicht ist das... Genau. Okay. Napkin-Art. 26. Das reicht. 1. 14. Ja, ich lasse es mal jetzt so. Erstmal gehen wir hier weiter. Ich will da jetzt gar nichts großartig riskieren. Hier nehmen wir noch die Bender-Clowns mit rein. Sehr, sehr gut. Und das dürfte die nächste glatte 100 sein, oder? 97. Wegen was? Wegen dem da vorne. Na gut. Okay, dann sind es nur 97. 24. So, drei Stück haben wir jetzt hinaus. Es geht weiter. Ja, das ist jetzt natürlich kein optimaler Start, aber... Was weis mochen? Mh? Ai, 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 ai. Was bin ich für... Ah, sag mal. Och, das ist jetzt wieder diese tolle Runde. Da gibt es oft solche Runden, wo du dann einfach keine Charakterkarte bekommst. Ja, legst mir am Ohr, Schi. Glaubst du's? Kann doch nicht wahr sein. 86 dadurch, ne? Das ist super ärgerlich. Ich hasse das. Ja, ich hasse es. Mann, 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 Mann. Und noch sechs Matches, dann sind wir auch hier durch. Durch. Durch, durch. Santos El Helper. Jo, da haben wir Bänder. Bending School. Ja, komm, mach mal One-Out, please, direkt nebendran. Die pushen wir jetzt mal mit dem kabellosen Audiotransmitter. Rogers Gliderschrank auch nochmal ein Push von der Seite. So, jetzt gucken wir mal. Den Peter. Und es war's. 95. Thunder. Thunder. Ja, gleich haben wir es geschafft. Are you ready, man? Tortilla Chip. Von den Pot of Whales. Vom Pötche der Wahle. Das ist alles scheiße, irgendwie. Komm, da kriegen wir wenigstens noch den Bonus mit rein. Aber berauschend war das jetzt nicht, muss ich echt sagen. Haben wir jetzt hier einen Bob. Mit dem Bob. Mit dem Bob heile ich jetzt erst einmal wieder. Ei, 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 na gut. Also. Jetzt ist erst einmal wieder alles weg und dann haben wir eine glatte 100. Fertig. Tortilla Chip. 100. Jemann. So. Maus Key. Lila Bände. Ja. Ja. 36 Schaden auf der 1. Oh, das passt perfekt. Jetzt noch die Lila nebendran. Da haben wir 46 Schaden auf der 1. Und plus das 11 mal Boxen sind 57 Schaden auf der 1. Und da wird jetzt nichts mehr großartig passieren. Das ist eine Karte, die mehr als 57 Leben gleich am Anfang hat. Das ist eine Karte, die mehr als 57 Schaden auf der 1. Nicht wahrstellen. Immer neben. Nein. So. Oder? Nein. Auch keine Musik. Naja. KS Choirs 84. Was haben wir denn jetzt hier? 18, 35. Das ist 38 sogar. Mit dem Bänder und der Tom Landry im Middle School. Da haben wir 38 Schaden da vorne. Und jetzt haben wir natürlich 39. Ja, legst mir am Arsch. Glaubst du das? Kann doch nicht wahr sein. Na ja. Ist gleich wieder weg. Zack. Geheilt haben wir. Und... Das war KS Choirs 84. Mit einer glatten 100. Ja, Mann. Wie viele Matches noch? Zwei Matches haben wir noch. Dann sind wir durch. Darf ich ergänzen? Mit Gilde 1. Mit... Ja. Gilde 2. Dazu komme ich jetzt hier nicht, ein Video zu machen. Das schaffe ich nicht. Wo war es da aktuell? Extrem spannend. Das muss ich ehrlich sagen. Also viel spannender könnte es kaum sein. Nein! Was ist das? Du hast jetzt nicht wirklich das WLAN ausgemacht. Oh, doch. Das war jetzt super intelligent gewesen. Das war jetzt wirklich Intelligenz par excellence. Das kann nicht wahr sein. Hast du auch noch mal gehofft? Nein. Alter, das kann nicht... Jetzt ist es nicht... Ich weiß schon, dass ich da muss. Tut mir leid. Ja, das dauert jetzt, bis ich wieder reinkomme. Und deswegen zwei Matches. Ja. Tut mir leid. Tut mir leid. Ach. Danke, der Apfel. Um Gottes Willen. Manchmal ist es ein ganz schöner Horst. Muss ich ehrlich sagen. Also... Na gut. In der Zwischenzeit... Gucken wir mal. Muss ich mal gucken. Also... Jetzt müsste ich wieder reinkommen. Da... Ja... So... Nein. Ja. Zumindest mal ein Ladebildschirm. Haben wir schon wieder da. Ja, schönes Wetter draußen. Wub, wub, wub. Da kommt er, der Horst. Ja, zum Glück wird man inzwischen gefragt, ob man... Also... Leute, es tut mir leid. Nein, er kann nichts dafür, dass es ein Horst ist. Nein. Aua. So, also weiter geht's. Black Luna von Pot of Wales. So, guck mal. Wir haben es noch wieder hinbekommen. Ganz easy. Ja, toll. Tolle Wurst. Das ging ganz schnell. Nur vier Minuten. So, also... Die, 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 die... Also jetzt haben wir hier ein Bildhauer, Peter. Tja, das ist... Das ist das wahre Leben. So ist es. Und... Jetzt sind wir aber fertig hier mit dem Match. Gegen Black Luna. Und wie viel haben wir geholt? 93. Da kommt der Followers wieder. Aiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaia Jetzt muss ich doch tatsächlich, da kommen dann immer die Oktoberfest-Lila rein, die kriegt da oben, Pistole schlägt Karate auch klein. Da muss ich mir gar keinen Kopf machen. Und heilt sich noch selbst wieder, das ist auch von Vorteil. Hättest du da bloß die Lila ganz am Anfang gespielt? Naja egal, 93. Auf diese sieben Punkte wird es in diesem Match jetzt nicht mehr drauf ankommen. Insofern ist es relativ Jacke wie Hose. So, hallo Horst. Leute, wer kennt noch seinen richtigen Namen? Herr? 9, 18, 27. Ich hoffe, dass die das bis zum nächsten Mal irgendwie nicht fixen. Also, Frankernsee, Chris, Updamn, Oli Z, Junkhead, Der Pate, A, Dightronic, Haceler, Ich, Tito Jack, Manuel, Night Org, E, Robert, Jajaja, Krankus, Gekko Moria, Bounty, Mesien, Eat Fresh Food, Nero XD, Tularis, Robert, Topdas, Big Big, Stromi, Dennis, Krumeli, Sonja, Michael, Kings, Manuel K, Apokalyptiker, Gamer Guy, Ulrike K, Ansgar, Dani, Teklis, Mimo, Annie, 82, Lord Universe, Jojo, Ricky Spanish, Max, Max, Thomas, Cookie und Fabburger. Wie viele waren das denn jetzt überhaupt gewesen? Also, das sind 9, 18, 27, 36, 45, 46 bis jetzt. 27 Minuten sind es noch. Jo, also das Ding hat auf jeden Fall gerockt. Ganz kurz hier. Also, wenn es euch gefallen hat, dann lasst mal ein Like da, schreibt was in die Kommentare, abonniert den Kanal. Friends of Stab haben wir knapp verloren, Wolf Alert, The Punishers, Active Ramblers, Uni haben wir immer verloren, The Joes, Giggidi-Giggidi-Goo, Punishers, Hitchhicker, Skills to the Galaxy, Aqua Unit, Petrol Squad und so weiter und so fort. Gucken wir mal ganz kurz in die Gildenpunkte rein. Dightronic wieder mal auf Platz 1. Congrats, man. Oli Zett, Chris, Der Pate, Abdem, Frankensee, Hacela, Topdust, Tito, Jack, A, Night Org, bei mir hat es diesmal nicht gereicht für die Top 10. Ja, 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 Manuel, Stromi, Tularis, Robert, Kings, Junket, Bounty, Pickpick, Eat, Freshfood, Nero, Teklis, Manuel K, I, Robert, Kankus, Grumeli, Dennis, Mäschen, Gecko, Gamerguy, Michael, Mimo, Sonja, Jojo, Ricky Spanish, Henny, 200, Ramim A, Dani, Ansgar, Fatburger, Apokalyptica, Lord Universe, Max Max, Ulrike K, Shooter King, Thomas Cookie, Misa und da haben wir welche, von denen wir uns dann nach diesem Rumble verabschieden werden. Also macht's gut, bis dann und tschüss. Sssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssss